Willkommen zurück zu Clash of Clans. Endlich haben wir die Bombenwerfer, zwar nur Level 1, aber ich denke mal, wenn wir ein paar mal angreifen, werden wir da schon genügend zusammen haben, um den auch zu verbessern. Es ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik, wie ich finde. Zweimal wütende Barbaren, dann die Hautraufresen und Bombenwerfer. Ja, greifen wir an und probieren unser Glück. Man könnte sich hier echt einfach 50 Prozent holen, indem man alles außenrum weg macht. Aber ich werde natürlich auch reingehen. Okay, erster Versuch gescheitert. Ja, hat auch keine 50 Prozent Gold. Egal, versuchen wir es gleich nochmal. Ja, ich ändere meine Taktik erstmal. Ich bin reingekommen, aber habe die meiste heute nicht gekriegt. Egal, 61 Prozent. Auch 61 Prozent. Nein, der kriegt mehr. Der kriegt mehr. Nein, stirbt. Verdammt, ein Gebäude mehr. Ein Gebäude. Nochmal. Jetzt aber. So, diesmal riesen zuerst. Die Barbaren helfen schön. Komm schon. Ja, die meiste Hütte ist kaputt, aber keine 50 Prozent dafür. Ja. Ja. Trotzdem geschafft. 48 Prozent, aber kein Stern. Tja. Können wir schon mal... Ach stimmt ja, der hat ja noch gar nicht auch... Der Bombenwerfer hat überhaupt nicht die Fähigkeit große Bombe. Also, die erste Bombe macht 200 Prozent Schaden. Habe ich ganz vergessen. So, ich habe mir hier an Drachen gespendet, Level 5. Nicht das Beste, aber ganz okay. Damit werden wir gleich die Kohle angreifen. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Große Kisten. Große Kisten. Ein Goldlager auf Level 10 verbessern. Zehn Juwelen. Äh, Galadium. Tja. Ja, abgelehnt. Oh, wir haben 1008 Juwelen. Wir haben jetzt schon die Hälfte zum nächsten Bau weiter. Ist natürlich toll. Toll. Pfeilspitze. 60.000 von beidem. Okay. Okay. Äh, ich denke mal... vielleicht... so... Dann, hier so vielleicht. Bittung verschwenderisch. Die laufen jetzt außenrum? Nein, oder? Warum laufen sie außenrum? Nein, ich hätte Maurebrecher setzen können. Ich weiß. Die Magier sind hier zu gefährlich. Die Magier sind hier zu gefährlich. Oha, der Drache geht ja viel zu schnell kaputt. Drache, los, los, komm, nein. Verdammt. Gut, okay, ich weiß, dass ich jetzt komplett anders angreifen muss. Ich muss einfach nur die Luftabwehr zerstören. Gut, dann sende ich mir noch mal kurz einen Drachen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, zweiter Drache, auch Level 5, zweiter Versuch. Okay. Also, ich müsste vielleicht mal erst mal das da machen. Und hier etwas sparsamer. Und dann vielleicht so, dass nichts gebracht hat. Okay. Dann 1 gegen 1. Ja, okay, nicht ganz. Okay, ich hab gewonnen. Oh, nein, nein, nein. Da ist noch ein Bogieturm. Bitte nicht. Ah, kaputt. Okay. Ja, tötet ruhig den Magier. Ich hab hier einen Drachen. Ja, was wollt ihr ausrichten? Ich hab hier einen Minenwerfer. Ich spare 2 Heilzauber. Ist doch ganz schön. Drache, Level 5. Magier und Riesen haben gesiegt. Die Mauerbrecher werden häufig weggelassen. Weil sie einfach nutzlos sind. Nein, Spaß. Und ein Mauerbrecher hätte das gar nicht funktioniert. Ah, schade. Kann leider nicht direkt noch einen Drachen anfordern. Ich hab auch keine Truppen mehr. Tja. Kann leider auch nichts da machen. Und auch hier so gut wie gar nichts. Vergleichen wir mal. Welche Taktik bringt mehr Prozent? Sehe ich schon einen Unterschied? Ob ich knapp 60 Prozent bekomme oder 40 Prozent? Ähm. Der hat... Der hat einfach schon eine Kampfmaschine. Hat trotzdem verloren. Okay. Von mir aus. Dann machen wir mal die Megamina. Dann machen wir mal die Pegamina. 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 Kommt schon, kommt schon, Papa an, zeigt, was ihr könnt. Ja, zwei Sterne, das ist solide, würde ich sagen, trotz der ganzen Verteidigung außenrum. Haben sie es geschafft, durch diese schiere Menge an Barbaren. Der hat noch nicht mal angegriffen. Ein Baby da, zwei, drei, vier, okay, jetzt schon eine Verschwendung. Der nutzt die Wut, die Möglichkeit, dass die wütend werden, gar nicht. Aber ich muss schon sagen, der hat schon einiges geholt, ein Stern, bisher. Aha, okay, ja, also 44%, aber mehr dann auch nicht. Ja, okay, wenn man es so ineffizient machen möchte. Ich habe mir das übrigens schon gedacht, dass man da ganz leicht mit Lufttruppen angreifen kann. Deshalb habe ich die Mine von da nach da gestellt, und zwar auf Luft. Ist ganz gut. Später, wenn die Base noch größer wird, würde ich auch alle, so gut wie alle Mine, auf Luft stellen. Ja, dann machen wir hier noch einmal. Und dann ist die Feuerwehr auch schon vorbei. Probieren wir es nochmal. Ja, wir haben nur zwei, das ist echt doof. Und nur zehn, aber wir brauchen schon die Hälfte, um den Wachposten kaputt zu machen. BAM! BAM! Okay, die Bombenwerfer greifen jetzt das Rathaus an, aber... Ja, der Boogie-Turm mit der hohen Reichweite tötet sie leider. Und verloren. Ja, die Taktik ist scheinbar nicht so gut, wenn man hier keine große Bombe hat und hier einfach schlechte Truppen. Zwei plus eins, ich meine, ja, das ist sehr nützlich, würde ich mal sagen. Macht-Tipp auch nochmal. Ansonsten ist alles so ein bisschen Standard, nochmal Macht-Tipp, nochmal Truppen mehr. Schon vier Truppen und zweimal Macht-Tipp mehr. Und bei den Babanen, plus fünf, ja, dann sind es 15. Äh, nochmal Fähigkeit-Wut. 20. 20. Fähigkeit-Wut. 20. Fähigkeit-Wut. Fähigkeit-Wut. Insgesamt 20 hat man dann. Ähm, das ist immerhin das Doppelte von dem, was es jetzt ist. Und hier. Ähm, drei. Große Bombe. Große Bombe. Vier. Große Bombe. Große Bombe. Fünf. Große Bombe. Große Bombe. Ich glaube, sechsmal große Bombe und fünf Bombenwerfer hat man dann, wenn es maxed ist. Wir können die Bauarbeiter-Kaserne nochmal machen. Babydrache. Ja, ich werde es machen, auch wenn ich Babydrache nicht nutze. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal die ganzen Minen, nee, erstmal diese, die Stoßfallen, die sind besser. Weil hier werfen sie die Truppen in den Zerschmetterer und ist wichtiger als Minen. Okay Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.